Hallo liebe Wurfelfreunde! Heute aus dem Hause von NSV das Spiel Knasser. Das ist ein Spiel für 1-12 Spieler. Ihr solltet 8 Jahre alt sein und eine Runde kann auch schon nach 15 Minuten vorbei sein. Bei Knasser geht es darum, möglichst viele Zahlen einzukreisen. Ihr habt ein Spielfeldraster von 5x5 Feldern, das Diagonalen, Zeilen als auch Spalten aufweist. Ihr müsst jede geworfene Augenzahl benutzen. Entweder tragt ihr diese Zahl ein oder eine bereits eingetragene 7 zum Beispiel wird eingekreist. Sobald ihr eine Zeile, Diagonale oder Spalte mit 5 Zeilen gefüllt habt, wird geguckt, welche Zeilenkombinationen ihr geschafft habt. Wenn ihr zum Beispiel 3 gleiche Zeilen habt, dürft ihr eine Zahl davon eingekreisen. Sobald ihr 5 Zeilen eingekreist habt, bekommt ihr die jeweilige Punktzahl, die außen am Spielraster dargestellt ist. Wie schon am Anfang erwähnt, das ist ein relativ schnelles Spiel, da jeder Wurf verwendet wird. Somit kann es auch nach 25 Würfeln schon vorbei sein. Viel Platz braucht ihr nicht, da jeder ja nur seinen eigenen Block hat und in der Mitte gewürfelt wird. Und das Spiel könnt ihr schon für um die 10 Euro erwerben.